Du bist hier zu Besuch? Ja, ich mache eine Woche Urlaub mit meiner Freundin, aber die hat sich gerade irgendwie vertrieben. Eine Woche Urlaub im Bouliversum, das klingt großartig. Das ist Lena. Hallo! Wer bist du? Das ist meine Freundin. Freundin, Papa, Mama? Nein, nein, das kenne ich nicht. Das sage ich auch permanent, wenn Kinder auf mich zukommen, sage ich sofort, das kenne ich nicht. Was war dein Zimmer wirklich? Ja, also mein Zimmer war, also das hier ist ja riesig, mein echtes Zimmer war ungefähr die Hälfte davon. Und der Startschnitt hängt da nur, weil der Superven-Startschnitt war der Grund, warum ich mir die erste Bravo gekauft habe. Hast du dir jemals eine Bravo gekauft? Ja, früher auf jeden Fall. Ja, und warum hast du eine Bravo gekauft? Wegen dem Sportteil. Guck mal, und das Allerlustigste ist, pass mal auf, diese Bravo ist von 77. Dr. Korf? Wer ist Dr. Korf? Dr. Korf ist der Vorgänger von Dr. Sommer wahrscheinlich. Hier, schwärmen, schwärmen, lieben, träumen. Stahlschnitt von, jetzt kommt's. Aber, wo der Luz? Irgendwo gab's mal hier, guck mal, guck mal, ist das der Hammer? Kennst du den? Ja. Ja, den kennst du aus dem Schuh des Meistern, ne? Hier, guck mal, Elvis ist sogar noch drauf. Hier, Winitou. Das hier ist Bay City Rollers. Wir machen nachher noch eine Party, oder? Wir machen nachher noch ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020